Dieser Scherz ging wohl nach hinten los. Gleichzeitig sorgte dieser im Kammtal Niederösterreich für Ärger. Zu seinem 30. Geburtstag nagelten Gratulanten einem unverheiratenden Mann einen Schweinskopf auf einen Holzpfosten. Zusätzlich steckten sie eine Bierflasche in das Maul des Kopfes. Tierschütze erfuhren von der Aktion und zeigten sich schockiert. Sie betonten nur eine kleine Minderheit solcher Brutalität unterstütze, während der Großteil angewidert sei. Geschenke in dieser Form sind grundsätzlich verboten. Der Verein Respekt Tiere erstattete daher Anzeige. Gemäß Tiermaterialiengesetz müssten nicht verwendete Nebenprodukte unverzüglich bei einem zugelassenen Betrieb abgeliefert werden. Diese Regelung gilt seit dem Jahr 2021. Den Beteiligten drohen Strafen von bis zu 15.000 Euro. Nach dieser Aktion fordern Tierschützer, dass das Gesetz nun strenger durchgesetzt wird.